Wir kommen zurück beim Stream von Assassin's Creed Unity. Was soll ich denn machen? Okay, cool. Toll. Das hat mir jetzt auch so viel aus. Was das heißen soll. Das war's für heute. Sägen. Das war's für heute. Es war's für heute, wo wir's tun haben, was wir switchen können. Das ist das, was wir hier nehmen. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin dafür. Das war's für heute. Da bist du hier. Oh, das würde ich lassen. Seht. Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bänder. Leroy de Thun sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Anstellten zu motivieren. Dieser Mann. Verlor einen Fuß. Nun könnt ihr bloß stürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie. Den Fuß kriegt er nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen. Dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon. Hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho. Ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arnum. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilen. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien, Alphonse François, Marquis de Sade. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Ich weiß, wo die Schrankstände sind. Welche denn? Wie die seine Hoheit einbauen ließ, als er den Untergrund überfahnt. Wer bist du? Hände zurück, scheiße. Fass mich wieder. Ich bin mir da. Zurück mit dir. Monsieur Latouche, sorgt ihr immer noch für die ärztliche Versorgung der Entrechteten? Hau nicht ab, ich bin ein guter Kerl. Gutem Schlag, reichen Reinstrufe, sonderer Amputationen. Woah! Viel Glück! Für mich. Ewel. Halt! Dreckige Abschau! Gehen wir nachher was trinken? Kenne ich dich? Ich will jetzt einfach rumrennen. Ich weiß noch, wie er schrie und wie lange es andauerte. Nur wegen eines kleinen Fehlers in der Buchführung. Ist der Witz? Ich dachte, er hätte wenigstens was abgegriffen oder so. Nein, er hat eine Einzelbuchfass gesetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich muss mal kurz zu meinem netten Ding. Bin gleich zurück. Ich weiß noch nicht. Ich würde aber nicht Price. So, wieder da. 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 Okay. So, wieder da. Okay. So, wieder da. 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 Ich weiß nicht, ob es gut ist. Verpisst euch, Saubande. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war zumindest informativ Also die Gegner sind zumindest mal blöd Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es gibt keinen Pfund, der Hund Gut, perfekt Das ist mein, mein Tag Das war's für funk, 2017 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 Was ist das denn? Das war's für funk, 2017 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 Das war'm, das war's für funk, 2017 Hier gibt's nix mit Carita. Ah, hier ist die Truhe. Bevor ich jetzt mal weiter geht, kuhle ich mal kurz was nach. Nämlich... Das weiß er. Okay, die Sachen sind schon zu teuer. Okay. Okay. Kaufen. Okay. 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 Gut. Finde ich gut, dieser. Kaufen. Ja. Wetter. Ja. Gut. 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 Ich würde gerne eine Kunde kaufen, die ja nicht zu teuer ist. Oh, zu teuer. Ja, die wäre perfekt. Aber da erhöht sich die Gesundheit nicht. Oh, cool. Und das erhöht sich. Das ist der Phantom King 3. Cool, das gefällt mir. Die kaufen wir halt nicht. Das ist der Phantom King 3. Das sieht er noch nicht mal. Blind wie Stroh. Aber blöd wie Stroh. Die sind echt dumm wie Scheiße. Das ist der Phantom King 3. Sie wüten durch den ganzen Bezirk. Ihr Männer, zu mir. Ja. 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 Ich höre keine Phantom King mehr. Ja. 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 Ich fuh мне ihre Angst. Die Scheiße ist nämlich immer nochmals. Da kann ich kein Verdomenklinken dabei haben. Auch gut. Da kann ich kein Verdomenklinken dabei sein. Eine Strasse. Die Leine, die Röda. Die Leine, die Röda. Der Autor! Die Leine, die Röda. Jetzt die Kino. Das ist ein Dämpchen. Vielen Dank. 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 Er ist ein Scherz. Ich muss raus. 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 Und... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Jetzt... Jetzt... Ich muss... Ich... 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 ... Ich... 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 So, jetzt... Jetzt muss ich mal gucken... Funktioniert eu-Plan immer wieder? Endlich! Kompagnon verbunden! Gut, mal gucken, was mach ich denn jetzt mal? Hm, Nomadbruderschaft? Nein. Ausrüstung? Oh, er lädt Paris! So... Jo, lass dich verarschen! Motherfucker! Leg sie flach! Baby, sie hat's echt verdient! ... 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 Habt ihr euch schon das Katana geholt? ach du hast es deutlich gezockt ich spiele erst die story vollständig durch welche auch die neben mission habe die stelle unbesetzt war sprang ich ein und bemerkenswert schnell die leiche ist noch nicht mal kalt ich mag die dinge etwas zu rasch in gang gesetzt haben sagt als ihr im kurde mirakel eingetroffen seid habt ihr mich benutzt euer ziel ist tot wir nutzen uns gegenseitig ein hübsches reich habt ihr da geerbt allerdings nicht wahr nun ist alles im lohn sind die toten gerecht die seele besänftigt etc nun wohl noch nicht ganz jedes mal wenn ich denke der wahrheit näher zu kommen scheine ich nur eine neue schicht schmutz aufzuwirbeln inträge eine sich schnell verdichtende handlung fügt etwas gewalt und lüsterne priester hinzu und ihr habt den anfang eines wunderbaren romans eine hand feste spur würde reichen so jung und doch schon so ernst ich wünsche euch viel glück das habt ihr euch doch bestimmt angesehen wo habt ihr das her einer meiner neuen untertanen brachte es mir als ein zeichen des respekts nehme ich an ein seltsames stück ich kenne nur einen silberschmied der metall so bearbeitet genau so eine klinge tötete monsieur de la serre ich kann nur vermuten dass euch das bekannt ist warum habt ihr nichts gesagt wo stünde der mensch wird er nie fragen stellen müsste wenn ihm alles was er jemals wissen wollte einfach gereicht werden würde er würde nicht mehr nachdenken und fragen stellen oder er hätte vielleicht schon viel mehr erreicht ohne die bürde der ignoranz vielleicht der name des schmieds ist françois-thomas germain ihr findet die werkstatt nahe lesa haupt dank bonne chance ja immer diese ich mach gleich mit aber immer nicht lange mit ja ich muss noch vier mission sein die auch jeder spielen kann ich brauchst gegenstände so ja ich mache immer erst erst auch die nebenmissionen statt zuerst nur die hauptmissionen ich kenne ein paar leute machen nur die hauptmissionen hauptsächlich das sehe ich als spachsinnig an das tue ich mir lieber nicht an das tue ich mir lieber nicht an da ist soviel zeug dann auf der karte das zum kotzen deswegen mache ich sowas nicht ja sowas mache ich heute ist einer gestorben war einfach durch den boden gefallen ist der ist einfach durch den boden gefallen natürlich wie gut ist denn das schwert eigentlich so jetzt höre ich mich schnell aufs geld ab guten morgens hier muss nicht geht zusammensparen die ganze zeit schon weitere einkünfte in vier minuten so eine scheiße erst in vier minuten ja meine einkünfte kommen vier minuten freu dich doch freu dich doch Okay. 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 So, ja... Okay. Oh, ich hab jetzt elf Punkte. Geil. Ich bin jetzt gleich elf Punkte aus uns. Fähigkeiten. Okay. Okay. Nee, so ein Freund hier bin ich. Okay. 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 Also, ich finde das Spiel bisher sehr gut. Und willkommen beim Streamen noch. Ich mag's bloß nicht, dass es so verpackt ist. Das ist das einzige, was schade ist. Aber sonst ist suuuper das Game. Okay. 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 Ich werde wohl Monsieur Collignon fragen müssen. Ich bin sicher, dass er so etwas nie tun würde. Ich meine, wie sollte ein Gartner in den Viertel aber wenn man will, dass sie niemand bemerkt. Aber wie lange, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Er hat seine Mittel und Weak. Null Uhr wahrscheinlich nur. Vielleicht auch noch halb eins. Ich weiß es nicht. Dann töte ihn. Okay. 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 Wer mit der Kuscheln wollte. Und die Salle, weißt du... Was ist das noch ganz gut. Und dann? Wir brauchen das erste Mal. Wir brauchen das erste Mal. Wir brauchen das nächste Mal. Wir brauchen das erste Mal. Wir brauchen das neue Mal. Wir brauchen das zweite Mal. Wir brauchen das große Mal. Wir brauchen das neue Mal. Wir brauchen das kleine Mal. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 Perfekt den hole ich mir als nächstes So, jetzt nimm ich das Ding erstmal an Ups Hatsch angenommen Häääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää so muss mir noch mal einladung schicken glaube ich weiß ich kann nur drei diamanten mission mitmachen höchstens vier keine fünf die dinger die du über deinem charakter sie ist oben über deinen namen das nennt sich diamanten ich bin bei diamant 3 zur zeit schilder mit dem leute abschlacht macht spaß gut durch ein team schlitz auf die sau so ich brauche einladen bitte warten ihr seid alle nur level 3 oder was war ja klar ich bin auch 3 1 mit level 1 was für eine mission machte gerade auch der gemacht ach du scheiße seid der psychos ich habe es angenommen es passiert immer noch nix hat der dreist mir ist jetzt mal einfach einfach in ihrem spiel also es passiert nichts ich tritt irgendwie nicht bei keine ahnung wieso sie können sie nicht beitreten versuchen sie später noch einmal alter schwede die kriegen ja echt nichts gebacken nicht nur ein bisschen da wenn es jetzt immer funktioniert dann lasse ich dann eigentlich keinen bock drauf und wenn die ganze zeit das ding nicht funktionieren will ja 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 die ja 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 ich kann aber nicht beitreten ja ich bin das machen ist aber am liebsten und hauptsächlich dann mache ich heute mal story mission weil neben ist dann habe ich keinen neuen gekriegt ich achte immer darauf ob ich die tun mal später auf man weiß ja nämlich nie welche truhe welchen dietrich braucht genau wann habe ich eigentlich alle dietrich frei ich glaube das habe ich erst mittel neun freine 5 bei dem und sequenz 9 bei dem toll mein freund wie geht es dir ratsbericht schwierigkeit grad ein diamant super nach genau ich muss ja noch bei der kompagnon wir eine mission schlafen ihr seht schlecht aus seit monaten liege ich im streit mit der bruderschaft der nationalversammlung und dem könig zusammengenommen haben sie den politischen scharf sehen eines besonders dummen dorf vorstehers ich glaube das sollte man äußeres entschuldigen junge man es war nicht so gemeint mentor ich bin nur besorgt vergiss mich arno weine um frankreich doch genug der politik ich hoffe du hast gute neuigkeiten was ist mit sie de la sain's mördern der könig der bettler ist tot dies hier trug er bei sich reposante behaltet sie sie wird kann von uns helfen wenn sie in einer alten gruft verrottet trag sie voller stolz danke das werde ich die mission der könig der bettler und sie wer waren nur bauern in einem schachspiel jemand jemand hetzte sie auf monsieur de la sain templar mögen es kompliziert oder weißt du etwas konkretes über den mysteriösen schachspieler die einzige spur die ich habe ist das instrument durch das de la sain star eine nadel hergestellt von einem silberschmied namens germain aber wie viel er weiß kann ich nicht sagen und dann ist der nächste schritt klar finde den silberschmied und der gründe welche rolle er spielt dann such weiter habt ihr einen dieser rätsel schon gelöst hatte ja hatte ich keine lust mehr später wo ist der teleporter zum funger näher ist kein teleporter zum funger näher das wird dauern das wird dauern das ist nicht gut Wo hast du die Werzer? Ich nehme hier alles auseinander und finde sie ohnehin. Sag es, ich lasse dich leben. Und schon hat er alle. Ach, wir müssen die Flotte umzubringen. Zumindest im Spiel. Ach, Mensch. Bei mir wurde gerade beim Servern stand bei mir gerade Serververbindung unterbrochen. Ja. Ja, die Server haben gerade hier im Nacken. Ihr könnt erst mal vergessen, wieder Koop zu spielen. Voll kacke. Naja. Äh, dann weiß ich, weswegen ich nicht beitreten konnte. Ich selber spacken schon wieder rum. Ich hoffe, wir kriegen das bald. Ja, war bei mir irgendwann auch. Ich hoffe, wir kriegen das bald gebacken, weil ich will irgendwie mal Koop spielen, so wie es mir Spaß macht und nicht die ganze Zeit. Ja, Server, Server, schon wieder ich selber. Ach, das war jetzt schon wieder ich selber, aber ist für die Scheiße. Echt krass. Ja, denke mal, das machen wir ja auch so schnell. Eine Woche etwa oder so. Mal auf, Gott. ... ... So eine Alarmglocke ist da am Tag. Ach, mach ich hasse Alarmglocken. Die muß weniger aber hier. Weil ich bringe 100, äh, Punkte wert. Das ist was Gutes. ... ja das habe ich schon gemacht gott sei dank naja das ziemlich nerviges zu holen muss ich sagen da muss ich sagen es war sehr nervig zu wollen weil es muss ja echt durch kämpfen durch schleichen und manchmal so verpackt gewesen die vermögen so wurde hergestellt ja für die land die ich sollte ohnehin besser außer ich mache das was ich gerade denke ich nehme eine berserkerklinge ah die sind so lustig gibt sie auch gerne berserkerklingen der ist ja freundlich der schießt zurück das ist ja klinge ich liebe es schlagen zwei typen auf einen ein ist das freundlich jetzt habe ich drei stück angesteckt schon die schlachten alles jetzt da drinnen weiter ab als das nette finde ich gut also ich mag die berserkerklinge ich habe nur eine benutzt es wurden drei stück angesteckt damit ist der irgendwo scharf abgewogen so ich muss vier schlösser knacken so 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 ah 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 perfekt weh gibt mir keine niedrige keine niedrige ich habe noch ein niedrig über ja wo ist die tür die man aufknacken kann ja wie wo was wohnen was soll das heißen ach du scheiße macht es ja noch komplizierter wie sein soll das ist komplizierter geht es nicht oder wie ja ja ich glaube dass du es weißt ist doch gut dann löst das rätsel und fertig ist ich bin seit monaten hier bitte befreit mich doch zuerst sagt mir was ihr über das hier wisst keine zeit ich erzähle euch alles wenn wir fort sind doch jetzt müssen wir los bevor sie zurückkehren gut dann los nein sie bewachen den eingang wir müssen die treppe runter und rüber dann folgt mir und bleibt ruhig ach ich bin nicht so peinend ist jung äh 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 kein wort verstanden äh 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 wartet ich kann nichts damit anfangen ehrlich gesagt die lösischen Felder fällt mir hier nichts ein äh so ich hab ein böse gemacht jetzt kann man sich mit anderen Leuten schlagen willkommen beim stream wir hatten und äh äh ja äh 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 Geht weiter! Perfekt, 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 Perfekt. Mir gehts gut und selbst, mir gehts dir. Hat die das aufgegangen oder wie? Nein! Ja! Du hältst das nicht auf! Verdammt! Da! Geht weiter! Vielleicht haben die Penner ja noch was Nettes. Wieso nur müde? Wartet! Nicht wundern, ich streame auch gleichzeitig das Spiel. Ein Kumpader ist. Egal. Nein, ich kaufe nichts. Ja, alle. Geht weiter! Alle abgemacht. Ja, ist das eh gut. Passt auf die Dächer auf. Wie wichtig seid ihr denen als Gefangener? Nehmen wir diese Samsung-Handys. Ja, und? 23.45 Uhr ist doch noch nicht mal spät. Ist aber noch ziemlich früh. Zu früh. Scheiße. Ich könnte mal das oder ich hab das. Nein, das ist ein wenig für mich mehr. Scheiße. Das trifft ja nicht. Scheiße. Das trifft ja nicht. Warum so eilig? Ich würde dir gern die Scheiße aus dem Leib prüge. Ich verrate dich. Geduld. Er kann nichts gewinnen. Schütte auf den Zacken. Herzlichen. Dir darf doch nicht! Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, ich bin hier. Hermann! Kleine Planänderung. mommy. Gästehlich! Wir warten keine Gnade. Ich weide dich raus. Ich bin der Bastard. Gästehlich! Ah, die App ist nicht schlecht. Geil. Man hat das. Man hat es nicht so gut. Auf die Beleidung ist. Man hat das. 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 Dietrich Ist doch gut, wir sind überwiesen! Danke, mein Freund. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich. Die erste machte ich vor einigen Jahren. Einen Privatauftrag. In Esquissen-Lafreniere. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafreniers Hintergrund. Und was ich herausfand, ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leidsinnig und Lafreniere kam ja auf die Schliche. Seitdem im Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich schmiede, was er verlangt. Waffen meistens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafreniere ist vermutlich, wo sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit, da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Alublee. Es klang bedrohlich, wie er das sagte. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Eine mir wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Sie werden wieder nach euch suchen. Macht euch lieber rar. Ja, was wäre die wohl. Perfekt, abgeschlossen. Ach, Scheitertag vergessen zu. Mist zu bewerten, habe ich jetzt vergessen. Wir kommen beim Stream. So, habe ich noch ein Leben nicht schon freigeschaltet? Nö. Nee, musst du nicht. Ich habe, wenn du Premium haben willst, bezahlst du dafür. Ich habe Premium bringt dir ein paar Kleinigkeiten. Ich habe das mal kurz gemacht. 1,79 Euro ist ein Witz. Das kann ich gerne mal zahlen. Okay, so, bis dann. Ciao, ciao. Nicht ich. Einer von denen, der beim Stream zugeschaut hat. Ich bleib noch bis 4, 5 Uhr morgens wach. Hausdor ein Grüße von jemand aus der Party. Von deinem Mädel, genau. Ja, ich streame die Spiele immer nur noch über eine Game Capture Box statt über die App. Weil so oft wie die Spiele jetzt zur Zeit abkratzen bei den meisten Spielen, da hat man echt keine Lust, hier jetzt mal die App wieder neu zu starten, alles wieder neu einzustellen und immer wieder das Gleiche zu machen. Boah, zum Kotzen. Dann mache ich es doch lieber gleich mit der Game Capture und dann hat man so da gewisse Vorteile. Dachte ich mir schon. Ja, aber bei mir ist so, ich kann zum Beispiel jetzt, ich kann jetzt zum Beispiel einstellen, hier Nachrichten und so weiter und so fort kann ich noch mit einstellen. Also, dass da Nachrichten eingeblendet werden, wo und so weiter und so fort. Wenn ich zum Beispiel jetzt telefoniere, mache ich immer eine Nachricht gerade, ich telefoniere gerade, aber ich antworte über Chat. Zum Beispiel. Okay, dass jeder weiß, hier, ach gut, okay. Und an dich. Genau. Was, ich bin Sequenz 5 schon? Also, das Spiel, guck, lustig, ey, also ganz ehrlich, das Spiel ist ein bisschen kurz, glaube ich, wenn die Hoffnissen so schnell vorbeigehen. Nun gut, Lafrenier, wo versteckt ihr euch? Ja, morgen werde ich vielleicht noch Halo so Masterchip letztens fehlen. Soll ich doch lieber das nochmal machen? Oh, ich würde irgendwie gerne Halo spielen, aber dann denke ich wieder, Assassin's Creed ist auch so geil. Und dann auch noch Destiny, das macht auch richtig Bock. Das ist voll kacke, wenn ihr so viele Spieler habt, die in Zukunftsorteil rauskommt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, ich finde sowas scheiße. Das, was man braucht, um Wachdienst zu ertragen. Ja, die Crew wollte mir vielleicht auch holen. Ich weiß nicht, ob ich mehr holen soll. Und dann denke ich, ah, nur die Lücke schließen. Mein Bruder bietet es mir ziemlich billig an, aber das ist nur nicht, ich stinknormale Edition. Ich hätte lieber eine spezielle Edition, ne? Das ist ja klar. Mein Bruder auch. Ja. Das war schon mal schon, was ich noch gar nicht. Wieso schießt der nicht? Alter, ich drück die ganze Zeit schießen und der, der steht einfach nur rum, lässt sie abstechen. Ich bin echt bekloppt. Also manchmal muss man echt sagen, wow, wie dämlich ist der, ist die Programmierung, muss man ehrlich sagen. Also die Programmierung haben sie echt noch nicht hingekriegt. Einmal bin ich zum Beispiel durch den Boden beinahe gefallen. Anderes Mal, ach, da gibt es so viel Müll, was sie ja gemacht haben. Oh, jetzt will ich schießen, ich will, du schießt nicht. Oh, jetzt will ich schießen, ich will, du schießt nicht. Ja, bin ich mal gespannt. Das ist eine sehr beunruhigende Menge Waffen. Lafreniere scheint etwas Großes zu planen. So, Kopfschirr, das ist alles voll. Oh, komm, gib mir Pistolenkugeln. Da liegen hier schon so viele Leichen und ich krieg nix. Außer die Dresche, was ich schon voll hab, ey. Ball tot um. Jo, willkommen zurück. Was immer er plant, es ist groß. Und nun weiß ich, wo ich euch finde, Großmeister. Vielleicht etwas unsicher, die so einfach hier rumliegen zu lassen. Nein, selbstverständlich kann es nicht einfach sein. Ich hab irgendwie heute keinen Bock auf Destiny irgendwie. Aber ich muss trotzdem ziemlich Beutelzüge machen. Ich muss trotzdem, es ist wahr, dass ich mich nicht in die Zukunft bin. Ein Beispiel, es ist ein Spiel zu machen. Ich kann nicht, dass ich hier rauskuchen kann. Ich kann nicht, dass ich nicht in die Türkei die Welt bescheisen. Für mich ist es, der stuffing zu machen. Und dieeltdatenzeln Deafen kann aber auch, es ist nicht weg. Die, die Oh! Na, na, na. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Juuuuhu! Geil! Na ja? Fekte die Höhe abunterqueren? Na toll. Das habe ich nicht gemacht. Fuck! Soll ich die Hände also auch noch wiederholen. Hm. Ärgerlich. Hm. Meine Frage an euch. Was soll ich eher freischalten als nächstes? Ich habe ja zwei Fähigkeiten, die ich freischalten kann. Ich denke die ganze Zeit darüber, ob ich einen davon nehmen soll. Also entweder Auffüllpunkt, kostet mich 10 Punkte. Oder doch lieber Gruppenheilung. Was soll ich eher nehmen? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Keine mehr da? Alle aus der Party ausgeflogen? Oh. Noch da? Hallo. Scheiße. Verdammt. Ah. Ah, Mist. Dann lasse ich doch erstmal. Rubin Schieber S. Kenway. Interessant. Hm. Oh. Wir haben zu sein. Kaffee. Blablabla. Okay. Dann bin ich damit jetzt auch fertig. War ich jetzt mal in dem Mission? Nee. Ne. Immer noch nicht. Verdammt. Hm. Und dann zur nächsten Hauptmission. Nein! Ich wollte nicht synchronisieren. Oh Scheiße. Du bist ja extra fit. Ich wollte nichtanimime der Zeit implementieren. Dann sie flocken reinschreiben. Liebe wirkt. Ichなsend. Ja! rowd noch ein artefakt und ich habe alle also ich habe schon wieder genug